ein wunderschönen guten tag ich hoffe euch geht's gut da draußen ich find's lustig was wir so alles gekauft haben was heißt lustig ich mag es deswegen gucken wir mal was wir alles hier so wer was noch macht was wir noch machen können was wir noch kaufen können ein bisschen geld haben wir ja noch aber ich finde sagen milev können wir mal ein bisschen hier boosten und dann geht's bald im pokal ab haben wir irgendeinen verletzten aber nicht so die grasshoppers okay die kennen wir ja schon weiterbildung ist auch okay ich brauche keinen nein ich brauche keinen auch kein freundschaft für würde ich gerade sagen wird man zwar machen muss aber nicht sein so unser kater wird jetzt wieder immer besser zwei links außenverteidiger zwei rechts außen innenverteidiger 42 defensive dann haben ein rechtes mittelfeld zentrales offensives mittelfeld gut linkes mittelfeld können wir noch gucken wir vielleicht auch noch gar nicht mal so schlecht kommt darauf an was wir spielen links außen rechts außen rechts außen auch gut ja das passt schon so wie es ist außerdem können die anderen auch die positionen lernen 137 millionen ist der team wert ja wir könnten echt mal gucken ob ich noch ein linkes mittelfeld krieg linkes mittelfeld ich habe noch 17,4 millionen schauen kann man ja mal schaden kann es nicht weil auch mit dem linken mittelfeld kannst du was tun so gibt es irgendjemanden auf der transfer liste nein gibt es nicht dann gehen wir logischerweise wieder nach dem alter er hier würde 85 millionen nur kosten ok ist gar nicht mal so schlecht so wir machen mal einen einen vorverteid gesprächstermin aus passt schon ich kaufe wahrscheinlich viel zu viel aber das ist okay dann kann ich irgendwann mal das alte zeug loswerden so noch mal und sind ausdauerlauf das kennen unsere leute schon nach einem erholsamen wochenende passieren immer solche sachen wir könnten auch noch mal nach dribblings gucken das passt eigentlich dann machen wir hier einmal dribblings rein ist dann schüsse passt für mich gerade noch so 12 millionen moses da silva ich kann nicht großartig verhandeln so vertrag unterschreiben wir hätten noch 5,4 was eigentlich so noch passt bis 35 auch das passt so dann habe ich eigentlich genug spieler gekauft und bin eigentlich glücklich der wird ja hoffentlich auch noch wechseln zu uns gleich da ist auch schon schön adem scheuer muss ich noch loswerden naja für die anderen finden wir schon was so der kader ist jetzt wieder groß genug das heißt wir haben wieder ein paar talente dabei kann nur gut werden es kann nur gut werden und ich habe die spieler gebraucht für die champions league vielleicht noch ein stürmer aber wie gesagt da können wir auch einen aus der jugend holen den ein bisschen aufbauen außerdem haben wir ja noch unser jungtalent auf das ich so lange gewartet habe der momentan die ganze zeit auf der bank sitzt der darf auch noch öfter spielen naja fünf tage noch bis zur ersten pokalrunde das wird gut das wird gut ich habe lauter talente gekauft wenn ihr das gesehen habt die meisten sind anführer das könnte vielleicht noch nachteil sein aber auch team spieler so es fand ja mohammeda cd ok was ist das 23 jahre 9,8 torwart meine torwart torwarte und ich könnte watkowiak loswerden aber das könnte ich sowieso watkowiak adem scheuer und ihn hier das sind so die die ich momentan noch loswerden will nein ich lehne mal ab so carlos wagas darf auch noch mal ein neues trainings ziel ja starke mannschaft eigentlich jetzt so st gallen noch mal eingekauft sehr schön genauso wie die anderen auch ich bin ja nicht mehr so weit weg von meinem ersten silberspieler ja ihr seht es sieht eigentlich gut aus die truppe ist echt ja wenn die jetzt noch eingespielt ist dann geht es aber los hier so kann man verletzen nein haben wir nicht wir gehen mal auf persönliches keine angst ich gehe jetzt nicht nochmal spieler kaufen das hat noch zeit das machen wir raus ne ganz raus bitte so das sieht gut aus was da unten so so sehen ist seht es sieht echt gut aus die truppe ist auch recht recht gut beisammen wenn ich das gerade richtig gesehen habe aber ja jetzt geht es dann im schweizer cup runde 1 gegen die grasshoppers und ich würde euch sagen alles neu gekauft dann gleich mal nach hause fahren wollen wir natürlich nicht und dann geht es gegen den fc lugano wichtiges spiel so liebe lara spielen wir wirklich so ok alle sind fit 4 3 2 1 mit camberi im sturm wo wo warum nicht wir spielen natürlich vorsichtig offensiv ein runter passt schweizer cup runde 1 schweizer 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 so ramirez würde ich sagen das gibt nochmal geld und eure eltern werden stolz auf euch sein das ist so dann geht es mal los so wir greifen an lauter neue namen aber so ist das camberi ui konter grasshoppers der war knapp der war knapp weiß nicht ob milev den gehabt hätte so wir nochmal über boys carrington abo lanio und da ist der ball drin beroa macht's unser neueinkauf sehr schön 1 zu 0 milev hat aufgepasst wunderbar carrington der typ heißt übrigens apolinario so da ist er wieder mohammadi schön 2 zu 0 ja da haben sich die einkäufe mal gelohnt ich hoffe die fans mögen das auch da steht es 2 zu 1 in gomes war es hier in gomes camberi apolinario loom camberi drin das ding 3 zu 1 das ist sicher ich würde sagen da passiert nichts mehr wo der war knapp so mohammadi mit dem eckball apolinario und bisson hat aufgepasst aber immer noch im angriff ja unsere neun füren fügen sich fügen sich schon mal gut ein ich finde das klasse so missy boys kann dann auch mal gleich nochmal raus carrington carrington apolinario camberi loom axentsiev carrington loom nochmal da steht er wieder apolinario apolinario und dann ist es wieder roher geht gut ab da geht es echt gut ab camberi in die mitte jawohl ach schade so jetzt kommen die zürcher nochmal ramirez gormes das ding ist drin steht 3 zu 2 so carrington beroa apolinario und dann an dem pfosten nachschuss schade 69. minute gelbe karte ursulov ja ob ich da nicht vielleicht sogar zu früh gesagt habe das ding ist durch aber wir sind halt einfach die bessere mannschaft man sieht das auch das problem ist ich meine du kannst die bessere mannschaft haben 70.000 mehr chancen haben aber wenn der ball nicht reingeht geht er nicht rein zürich zwei chancen zweimal drin sagt alles camberi im abseits so nochmal st gallen an die latte zurück nachschuss drin mohammadi sehr schön 4 zu 2 neini camberi muhammadi ja und jetzt vorbei schade wollte den namen noch aussprechen und dann ist mir mein wort im hals stecken geblieben sehr schön wir sind weiter eine runde das ist schon mal gut einen schritt weiter zum trippel kondition 95 frische 81 das ist gut so gegen wem geht es als nächstes jetzt habe ich nicht aufgepasst aber das ist der überraschungs moment ich habe einfach zu schnell geklickt wir werden es eh sehen wahrscheinlich gegen basel so und ich werde jetzt gleich mal speichern nicht dass sich das spiel aufhängt weil dann darf ich die ganzen spieler nochmal kaufen und das will ich eigentlich vermeiden deswegen warte ich jetzt noch bis dieses spiel rum ist so batos safer 9 4 26 jahre vorwart 9 5 tage noch bis zum deadline day 106 102 also rein theoretisch ist das ein muss also das heißt wir müssten das ding gewinnen so wir spielen logischerweise wieder offensiv hier gehen wir noch ein vor hier ist Mai der Mann auf den aufgepasst werden muss jetzt sage ich mal nix und los geht's wir greifen schon mal an über Beuys da ist Carrington Mohammadi Kamberi Aksensiev leicht drüber aber gezeigt dass wir die Hausherren sind Lugano im Angriff Castro einfach mal drauf gedonnert Bam drin das Ding Wahnsinn so wir nochmal Carrington schön Eddie Carrington macht sein Tor 1 1 Aksensiev Luhm Apollinario Mohammadi Florian Kamberi 2 zu 1 Videoassistent überprüft Yes er deutet zur Mitte steht 2 zu 1 für uns das ist gut das brauchen wir nochmal St. Gallen Beuys Aksensiev einfach mal Mohammadi nimmt ihn den Ball vom Fusik ich will schießen ich will schießen tut das Ball ist drin 3 zu 1 Mohammadi mit dem Eckball Aksensiev auf Beuys und auch Beuys morgen Beuys trifft auch noch und schon wieder da ist der VA im Spiel und sagt ja ich kann leider nichts sehen das Tor muss gegeben werden es steht 4 zu 1 der FC Lugano dritt platziert keine Chance so jetzt könnten wir den neuen mal mit auf den Weg geben du spielst super Beroa möchte ich es nicht sagen aber ihn hier möchte ich sagen du spielst gut freut sich über das Lob er auch und dann kann es weiter gehen Hardani mit dem Freistoß an dem Pfosten und vom Pfosten ins Tor 4 zu 2 Einwurf Santiago Gallego ihr werdet doch nicht ihr werdet doch nicht nein ok puch außerdem werden wir auch noch ein oder zwei Angriffe haben bin ich mir sicher hoffe ich jedenfalls 70 Minuten sind rum Freistoß Musa Nuhu kann er eigentlich Ball kommt hoch auf Apollinario der auf Kambiri und Kambiri ja das sind wir von ihm gewöhnt macht das 5 zu 2 Musa Nuhu nochmal aber leider nichts ja gut das wird nichts mehr wir werden das Spiel gewinnen gegen Lugano 5 zu 2 oder 5 zu 3 das passt schon ja 5 zu 3 wird es wohl enden einmal dürfen sie noch ok jawohl da kommt noch ein Eckball Rolf hat aber aufgepasst sehr schön so Ball kommt und da ist Milev da wunderschön 5 zu 3 gewonnen gegen Lugano und da bin ich mal auf die Tabelle gespannt 50 Punkte haben wir und der FCZ hat 53 Punkte spielt nur 0 zu 0 gegen Basel IB verliert gegen Sion aber es ist genau das was ich mir erhofft habe schöner Fußball schöner Fußball und es läuft gerade genau so wie ich es mir vorstelle da bin ich doch froh drüber so so finden wieder keine Spiele statt das ist für mich auch in Ordnung ok könnte noch 30 Mitarbeiter einstellen könnte ich noch mache ich natürlich nicht so so was machen denn unsere Jugendspieler ist da irgendwas dabei nicht wirklich hm naja passt 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 auch passt auch passt auch passt auch das auch hier können wir noch 2 einstellen hier können wir auch noch 2 einstellen hier können wir auch noch 2 einstellen sogar 3 ja da geht es gerade ab wir wollen alle die neuen T Shirts kaufen schön Fans geht auch nach oben so kaufen wir mal noch einen so Voraussetzungen für den Börsengang sind eigentlich erfüllt gut dann schauen wir mal was da so passiert wo war ich denn jetzt stehen geblieben genau ich brauche noch meine Weiterbildung logischerweise wir haben ja wieder spielfrei wer geht denn jetzt eigentlich noch den kriege ich halt gar nicht los ne den kriege ich gar nicht los wie lange hat der noch Vertrag bis 30 ok der Sinne ja vielleicht kommt der noch glaubts jetzt zwar nicht Musa Nuhu hat noch bis 31 seinen Vertrag da können wir sicherlich nachher in der neuen Saison nochmal schauen bei allen die bis 31 haben das passt schon wieso schlägst du jetzt ein Freundschaftsspiel vor Deadline Day dann haben wir ein Freundschaftsspiel ja komm machen wir jetzt ein Freundschaftsspiel lassen wir das so wie es ist und spielen gegen den FSV Mainz 05 Entschuldigung ja speichern ganz vergessen aber erstmal noch drei Tage bis zum Deadline Day bisschen Geld habe ich ja noch vielleicht gibt es ja was vielleicht gibt es ja was vielleicht kommt mal jemand und will Adam Scheuer haben wir werden sehen wahrscheinlich wollen sie nur Musa Nuhu haben und ein paar andere Leute von mir ja sie wollen Cine also Cine ist schon mal gut mit Cine unser zentraler Mittelfeldspieler können wir mal verhandeln 1,8 aber die 5% könnte die mir schon geben hm hm so Cine ist weg gehen wir ein bisschen weiter runter wen haben wir denn noch den Nikscha Raschitsch den will ich nicht verkaufen das könnt ihr vergessen linkes Mittelfeld 7,1 Jacob White hängende Spitze hm nicht wirklich mal gucken mal gucken so passiert noch irgendwas Alex ähm 6,5 ein Torwart hm nicht wirklich so ich geh lieber immer wieder weiter runter so ein Rechtsaußenstürmer 7,3 hat er von Aarau Ignacio Alcubierre 200.000 Franken ist halt nix ne aber 26 Jahre erst einmal gespielt äh nein danke so hängende Spitze 6,4 auch nicht unbedingt was wert so hängende Spitze naja ich würde sagen das war's der Deadline Day ist rum passt für mich ich kriege einen Wutpunkt auf meine Ansprachen hihi so Hagen Knopp neuen Bronze Punkt sehr schön kein Punkt ist ein Stern sorry dafür ja jetzt habe ich wieder das Freundschaftsspiel und am Wochenende dann das andere naja die Trainingsergebnisse lassen sich sehen so wir spielen jetzt mal das Spiel gegen Platz 6 ok das ist gut dann werde ich jetzt mal schnell speichern ihr seid live dabei weil ich möchte ja nicht dass mir hier was passiert so soll das Spiel überschrieben werden ja soll es ich möchte diese Käufe nämlich nicht nochmal machen ähm so keiner verletzt meine Spieler sind alle da links außen rechts hm 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 das passt für mich so das passt für mich so erst mal dann was machen wir das passt das passt passt eigentlich alles wir lassen das so und ich freue mich schon auf das Spiel gegen äh Luzern dann können sich unsere 9 mal beweisen in der Super League und bald geht es ja weiter in der Champions League wird sicherlich noch lustig jetzt erstmal das Derby gegen den FC Luzern so Adam Scheuer darf auch mal was trainieren Zweikampf ok Ballgewinne kann auch mal trainieren 25. Spieltag übrigens in der Super League so ein Tag noch bis zum Derby wir sitzen schon im Bus und da ist er da der Tag Derby gegen den FC Luzern und das wäre gelacht wenn wir das nicht gewinnen würden also schön wäre es wir werden es sehen so jetzt spielen wir mal wieder die andere Formation die für mich auch in Ordnung ist die Abwehr macht mir noch ein bisschen aber ne das ist nicht schlimm da braucht man nicht drüber reden wir spielen vorsichtig offensiv logisch passt 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 auch das passt jeder kriegt hier einen da wird einer mitgegeben und ab die Post so wir greifen schon mal an ordinario max muhammadi axentsiev camberi loom knapp vorbei ich habe irgendwie in Erinnerung dass loom noch geht irgendwie ist er noch da axentsiev axentsiev oder habe ich es irgendwie falsch in Erinnerung naja passiert ich sollte noch mal Notizen machen so Luzern greift an das war nix glück für uns 35 min so wir wieder er war knapp schön wir sind wütend ja das ist so wir sind wütend ich weiß auch warum deswegen würde ich sagen gebt doch einfach mal Gas so wir spielen offensiv 60 min rum 11 m für carbonell Luzern führt mit 1 zu 0 schade aber auch morgen boys mit dem Freistoß Ball kommt rein Camberi leider nein Luzern nochmal da ist der Super League Auftakt dann für die neuen gleich mal dahin aber noch ist es ja nicht so weit sehr offensiv wir haben gewechselt auch der ging vorbei sehr schön noch ungefähr 12 min so Rastchic tritt die Ecke auf boys der gibt auf Camberi und da ist der Goalie wieder da von Luzern ah da ist im Abseits zum Glück Glück für uns vielleicht gibt es noch einen Treffer so Nguyen Carrington Vargas Nguyen Bois Haini Camberi jawohl das Ding ist drin 1 zu 1 wenigstens einen Punkt und vielleicht gibt es auch noch den Siegtreffer Nguyen Camberi jawohl da ist das Ding drin 2 zu 1 sehr schön Rastchic mit der gelben aber Luzern will es auch noch wissen die wollen es noch wissen aber wir uff jetzt haben wir uns den Ball fast abnehmen lassen und dann ja hat es noch geklappt 2 zu 2 ich hätte jetzt schon mit dem Sieg gerechnet aber ja immer noch 5 Punkte Lugano ein bisschen hinter uns Eieieiei wir haben Pech aber es hat nichts zu heißen alles alles gut ich habe da keine Angst so Moritz Steinbach das ist schon mal gut Riesentalent Innenverteidiger jetzt habe ich Zurücksetzen gemacht auch okay wir lassen es so so Patrick Herger unser Rechtsaußen kriegt seinen fünften Bronzestern ich gucke gerade mal auf die Uhr und schon ist das Let's Play schon wieder rum jetzt haben wir das Freundschaftsspiel gegen Mainz das heißt wir könnten dort mal alle spielen lassen die ja nicht gespielt haben länger nicht gespielt haben etc kriegen wir hin aber ich würde sagen ich wünsche euch jetzt erstmal was macht's gut ciao ciao bis zum nächsten Mal ich bin der Meinung wir schaffen das ja können wir das schaffen ja wir schaffen das macht's gut ciao ciao für euch am Mikro war der Frank ich bin der